Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie nehmen mehr Zeit zusammen als die meisten Ehepaare. Ich bitte Sie noch einmal, Jenny. Heiraten wir. Wie oft denken Sie, stellen Sie mir diese Frage wohl nach? Glück ist, weiter das zu begehren, was man bereits hat. Aber Sie habe ich nie gehabt. Dieser Augenblick ist der schönste Moment meines Tages. Ich bitte Sie, stellen Sie mir diese Frage wohl nach.